Yo Freunde, der versweateten Skillbase Spaßmaking Unterhaltung. Ich hoffe euch geht's gut. Ja Freunde, ich habe euch ja wieder ein bisschen was unter zusammengeschnitten, wie ich mit ein paar Kollegen gezockt habe, mit der guten gepatchten M16, die immer noch irgendwie ständig One Burst macht, aber naja. Ich hoffe es unterhält euch ein bisschen, möchte ich mal nicht länger labern, ab geht's mit dem Video, let's go. Die haben geschmeckt, die Kills. Ich habe jetzt auch da vergnügen, den Helikopterschutz rechts haben wir auf der wunderschönen Lippe. Ja, richtig geil auf der Lippe. Ich beschäftige mich einfach damit, ein paar Fensterschäden kaputt zu machen. Ah, wunderschön. Oh, am wenigsten ist Mia Khalifa in der Lobby. Oh, sieht man auch öfters den Arme. Die Jute ist Mia Khalifa. Ach, der Rapper, ne? Was? Mann, das kann nicht wahr sein, das kann einfach nicht wahr sein, ey, ich krieg hier... Was soll denn, lass uns das auch noch... Außer mit von Helikopter, wo ich gerade den übelsten Lauf hat. Nein, ich war ab 21er, Mann! Mein Level-Bug... Voll komisch. Hacker. Von wegen schöne Lobby, Digga. Die Finale an 16. Die Finale an 16. Das ist fast das Blöde. Das ist fast das Blöde. Das ist fast das Blöde. Ich brauche eine Einladung, ich kann keinem beitreten. Ja, ich kann auch wieder keinem beitreten. Vor allem auch erst zwei Updates gewesen. Da hätte man das ja nicht mal eben fixen können. Missionen gewinnen. Ich habe bloß noch eine 2-5er-Sieg-Niederlage-Quote, das ist natürlich belastend. Ich habe eine 8er. 18 Level 11 oder ist aus Level 1, so hast du das Anzeige-Bug. Anzeige-Bug, aber... Ach, Scheiße. 18 Level 11... Das wird von meinen Jungs und Köpfe spieß, Digga. Das hat geschmeckt, Digga. Digga ey, ist einfach der... Gott! Ich habe eh die... Loll! Hab ich mich erschrocken. Trafford! Für mich, ich brauche Snappy-Gills. Ja, reife. Reife. Frau, 40, such den. Oh, ist wohl lächerlich. Ich bin seiner Stelle so. Ich glaube, hier könnte was gehen. Wahrscheinlich ist auch die Zeit nicht reichen. Oh mein Gott. Nein! Guckt es... Er... Er Buddyshootet mich! Das ist das Ding! Guckt es euch an! Ich habe so Pipi in die Augen. Wir sind vorbeigezogen! What? What? Was der schluckt? Heee! Ich werde nur gebullshittet, eh. Was? Das ist der Gottstab! Ach, diese Wurzede! Die HKU ist so eine Wasserpistole, eh. Eine Wasserpistole? Die Bullfrog bei mir auch, Digga. Bei ihm ist die Bullfrog richtig krass. Er hat mich gerade so gemacht mit der Bullfrog. Ja, ich habe die auch einmal versucht. Das ist so Bullshit, eh. Aber kein Vergleich zur MP5. Mit der MP5 kannst du ja nichts vergleichen. Jaaaa! 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 Ich bin im Haus! Geil! Heee! Witze! Hä?! Was war das denn wieder? Ey! Das ist so Bullshit! davon nicht sterben ja das ist so lächerlich manu dreckiges stück jede mp ist besser auch ja erholt mich mit punkte die connections connections so sah nicht ja gerade sehr leise und zwar wie so eine mülltonne ein paar details hätten sie schon mal in die map packen können die sich ja so trocken aussehen fluss oder ein see daneben dschungel und ein paar elefanten ein paar stick aus meiner marm ja klar versuch es wird auf jeden feindliche spiel da ist euch am reden da kommt jetzt hier her er musste ja mal links sein Schlag-check! Ja, du bist ein Kampelsen, Alter. Weil die Lobby sind, sind das echt ein paar Wunder. Man kann die App gut snipen. Wenn ich snipen kann, dann ist das immer schon ein gutes Zeichen. Das war geentdeckt. Ja, dieses Born schlimmste. Am Salon stellen wir euch bereit. Mehrere feindliche Spionage-Flugzeuge entdeckt. Ruhig vorne, ruhig. Ruhig. Effektiverer Schuss. Ja, effektiv. Kann man dem nur zustimmen. Ruhig. Ruhig. Neue. Das ist ein Spawn-Flag nochmal hier auf Ehre. Fair und Balanced. Wie gut haben sie die M16 gepitcht. Fair und Balanced. ARD Text im Auftrag von Funk